Hallo zusammen. Ich habe ein einmaliges Angebot für die Cannabis-Community. Wir vom Deutschen Handverband möchten auf der Cannabis-Normal-Konferenz vom 17. bis 19. Juni eure Meinung hören. Kommt und diskutiert mit uns, wie die Legalisierung von Cannabis genau aussehen soll. Wer darf wo welche Produkte verkaufen? Was ist mit Eigenanbau? Was mit Führerschein? Welche Obergrenze wäre akzeptabel für den Besitz von Cannabis für Konsumenten? Oder brauchen wir überhaupt Obergrenzen? Der Deutsche Handverband versteht sich als Interessenvertretung von Cannabiskonsumenten und privaten Legalisierungsbefürwortern. Und bis jetzt war es einfach, für die Legalisierung zu kämpfen. Es gab gute Argumente, die jeder kennt. Alle waren sich einigermaßen einig. Und jetzt sind wir fast am Ziel. Die Ampelregierung plant ganz offiziell, Cannabis zu legalisieren. Und bald wird es diverse Anhörungen geben für die ganzen Detailfragen der Legalisierung. Der DHV wird mit dabei sein. Ich werde letztendlich für den Handverband und für euch am Tisch sitzen, versuchen ein paar große Dinge durchzusetzen, wie eine vernünftige Führerscheinregelung, legalen Eigenanbau. Aber ich werde auch in Detailfragen sicherlich das eine oder andere durchsetzen können. Aber was genau soll ich dann da fordern? Ich habe natürlich meine eigene Meinung. Wir haben uns im DHV-Team auf Eckpunkte geeinigt. Aber wir wollen natürlich nicht unsere Meinung da vortragen, sondern eure. Und deshalb möchten wir vom DHV-Team möglichst viele von euch sehen auf der Cannabis-Normalkonferenz. Ihr habt da die Chance mitzureden und ein bisschen Einfluss darauf zu nehmen, wie die Legalisierung von Cannabis in Deutschland aussehen wird. Wir haben die Eckpunkte des DHV-Teams aufgeteilt auf elf Sessions. Alle am Samstag der Konferenz. Und da wollen wir mit euch diskutieren. Deswegen haben wir auch nur kurze Impulsreferate vorgesehen und ganz viel Zeit für eure Statements. Zu vielen Details wollen wir auch ein Meinungsbild von euch haben. Deswegen könnt ihr direkt in den Sessions digital abstimmen. Dafür haben wir uns ein Tool ausgesucht. Und ich bringe mal ein paar Beispiele dafür, was wir euch da so alles fragen wollen. Wenn wir überhaupt Eigenanbau durchsetzen können, werden wir wahrscheinlich mit irgendeiner Begrenzung leben müssen. Und die Frage ist, wie kann die aussehen? Quadratmeter, Pflanzenzahl, Wattzahl für die Lampen. Und darüber werden wir euch abstimmen lassen. Angenommen, es ist die Quadratmeterzahl. Dann werden wir euch als nächstes darüber abstimmen lassen. Reicht ein Quadratmeter, zwei Quadratmeter, drei, vier oder fünf Quadratmeter. Oder was wir uns fragen und euch fragen werden, was ist mit Mischprodukten? Sollen die zugelassen werden? Zum Beispiel Koffein-Graslimo oder Mischungen von Alkohol und THC. Hanf-Bier zum Beispiel. Das betrifft aber dann natürlich auch vorgerollte Joints mit Tabak und Cannabis. Wir haben bisher in den Eckpunkten solche Mischprodukte ausgeschlossen. Und ich bin gespannt, wie ihr das dann seht. Euer Feedback und die Meinungsbilder lassen wir dann einfließen in die Eckpunkte des DHV. Und dann habe ich einen klaren Forderungskatalog, mit dem ich in die Anhörung reingehen kann. Und? Habe ich es geschafft? Seid ihr dabei? Dann besorgt euch ein Ticket für die Cannabis-Normalkonferenz vom 17. bis 19. Juni in Berlin. Und jetzt noch ein paar Hinweise. Erstmal zum Preis. Viele haben gesagt, es ist zu teuer. Die sind es auch nicht so gewöhnt, auf Konferenzen zu gehen. 190 Euro Abendkasse ist natürlich auch viel. Aber es sind nur 100 Euro für Schüler, Studenten, Rentner, ALG-2-Empfänger und DHV-Fördermitglieder. Und vielleicht ist das die Gelegenheit, Fördermitglied beim Deutschen Handverband zu werden. Die Preise sind hoch für Event-Locations, für Catering. Deshalb kosten die meisten Fachkonferenzen viel mehr als die Cannabis-Normalkonferenz. Aber da gehen die Leute eben auch aus beruflichen Gründen hin. Ihr kommt privat und aus Herzblut. Und deswegen haben wir uns bemüht, die Preise möglichst gering zu halten. Wir subventionieren die Preise auch mit den Weihnachtsspenden. Das haben wir angekündigt, dass wir die dafür auch sammeln, um euch die Konferenz anbieten zu können. Der DHV macht jedenfalls keinen Gewinn an der Cannabis-Normalkonferenz. Im Preis enthalten sind übrigens alkoholfreie Getränke, mehrere Mahlzeiten und der Eintritt zu unserer Konferenzparty. Wenn ihr nicht zur Cannabis-Normalkonferenz kommen könnt, da haben wir schon Anfragen von mehreren Mitgliedern, die auch mitreden wollen. Ja, das könnt ihr tun. Ihr könnt auf handverband.de gehen, da euch die Eckpunkte nochmal anschauen, die wir vorgelegt haben. Und da dann euren Kommentar hinterlassen. Und konstruktives Feedback, sinnvolle Hinweise werden wir auch von dort aus aufnehmen in die Überarbeitung der Eckpunkte. Für eure zeitliche Planung nochmal. Wir fangen an, Freitagabends um 8 Uhr mit der üblichen drogenpolitischen Diskussion. Die Sprecher der Bundestagsfraktionen sind am Start. Wir freuen uns auf Zusagen von Artes Gürpina, von den Linken, Christen Kappert-Gonther, Grüne, Kam Wege, SPD und Christine Lüttke, FDP. Werden alle vor Ort sein und mit euch mit uns diskutieren. Ein paar Fragen könnt ihr sicherlich dann auch noch stellen. Danach ist ein Come-Together bis 24 Uhr. Einige von den Abgeordneten sind dann vielleicht auch noch dabei. Dann können wir ein bisschen quatschen. Und ihr könnt alte Bekannte wieder treffen und mit mir ein bisschen labern, wie auch immer. Dann geht der Samstag los, richtig arbeiten. Ist dann angesagt, 9.30 Uhr geht es los. Die ganzen Sessions, bis uns die Köpfe qualmen, werden wir diskutieren. Dann werden wir noch unseren Preis verleihen, den Hanfadler, an unbekannte, noch zu bestimmende Leute. Dann wird gefeiert, dann haben wir die Party. Und die wird so lange dauern, dass wir Sonntagfrüh ein bisschen später anfangen müssen. Und uns dann noch die Ergebnisse der Sessions anhören. Dann eure Antworten, eure Meinungsbilder auf unsere Fragen werden wir dann erfahren. Auch aus den Sessions, die ihr nicht besuchen konntet, weil ja mehrere gleichzeitig stattfinden. Und dann machen wir am späten Mittag Schluss damit, ihr noch rechtzeitig Sonntagabends zu Hause seid. Den genauen Zeitplan für die Sessions werden wir jetzt bald veröffentlichen. Und nach und nach dann auch die verschiedenen Speaker und Moderatoren für die Sessions. Ein paar bekannte Gesichter werden da sicherlich auch dabei sein. Zum Beispiel freuen wir uns über Zusagen von Fabian Steinmetz, Toxikologe, Doc Steinmetz auf Twitter. Vielen bekannt oder auch dem Chef des Schildoer Kreises, Bernd Berse. Und viele interessante Leute mehr werdet ihr treffen auf der Cannabis-Normal-Konferenz. Alle weiteren Infos findet ihr auf Cannabis-Normal.de. Und dann geht's mit dem Schildoer Kreises. 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 Untertitelung des ZDF, 2020